Herzlich willkommen zu einer anderen Folge von der Maschmischmarsch, entschuldigen Sie sich. Willkommen zur Umsachtramme, Sonntag, heute die Marschtramme. Wir arbeiten weiter auf Feld 1 und ernten Weizen, wir schwatten Heu und wir bekämpfen Unkraut auffällt 13, wir pflügen auch noch auffällt 15, 4 Arbeiten zufällt und ich fahre ein bisschen ab Weizen und nebenbei kontrolliere ich die anderen, ob die richtig arbeiten. Jetzt schaue ich mal nach, was da für eine Frucht drin ist. Was habe ich denn da eingesehen? Raps? Ja, was sagst du denn? Wie gräut das Gras? Ist das Gras schon reif? Reif war es gewesen, aber es ist Stufe 2, da warten wir noch. Und da wollte ich eigentlich nichts weiter machen, aber ein bisschen verbauen. Oder nehmen wir so ein kleines Feldchen dafür. Oder Wieschen, da ist auch so ein Fleckchen, das man nehmen könnte zum Bauen. Oder den Wald mal abholzen zum Beispiel, das wäre auch so eine Option. Und das Geld für das Wald. Apropos Gebäude, wir wollen ein Gebäude bauen. Und zwar auf dem Streifen, müssen wir erst das Feld kaufen. Ne, da brauchen wir nicht. Doch. Aber da geht doch kaputt. Da wollte ich bauen, das gehört mir noch gar nicht. Ha! Schlecht. Doch, das gehört mir. Pro. So, so 33 dazu. Das heißt, das heißt, wir gehen nach dem Hof. So, wir brauchen noch 30 Minuten. So, 13. So, wir wollen jetzt mal ein Gebäude bauen, wo wir das am meisten ja lagern können. Und das sind ja auch schon mal. Das heißt, auch da, auf der Fläche, Wollmuth haben wir gerade, auf der Fläche, wo unser Wasserbehalter steht, da wollen wir das hinbauen. Das heißt, wir werden noch mal schauen, dass wir so ein Gebäude kriegen. Das heißt, Silos oder Diverses. Mal schauen. Dünner, Dünnerherstellung. Der Bruder ist es hier. Da hier. Deruet Wolle colden. Jetzt Beerzesaybaum. Das heißt, ich treffeOUT. arios So hinstellen, dass wir schön in der Kurve fahren können, trotzdem, leer machen können wir ihn oder vorne, da machen wir ihn voll. Ja, da kann man hinstellen, passt schon, in den anderen Baume dann ansprechen, Kalkbär, Kiesbrübe, Klär, Kompost, Mehlfabrik, den stellen wir praktisch in einer Linie, dass wir nur im Prinzip gerade ausfahren müssen. Halt, Halt, Nein. So, schau mal an. So, ich will ein bisschen anpassen, die Straße hier, dass wir hier ein bisschen angleichen. Hier können wir dann strengen. Und dann Mais schön reinbringen. So, gut. Hier ist auch quasi bei. Hier vorne, wieder Geld ausgegeben. Ach, nein. Entschuldigung. Weg. So, wie gewonnenlos herunterfährt. Dann können wir da leicht hoch einfahren. Ne, das geht nicht. Ne, das geht nicht. Das ist ja der Zivilo für die Lage. Mit Futter muss ich noch bauen. Aber streuen wir mal genug. Die Zivilo für die Zivilo sind. Ich genieße mir. Die Zivilo sind hier. Ja, das ist in Polen. Kommt? Ja, das ist die Zeit noch. Ja, das ist jetzt fertig. Das wäre aber das. Schauen wir gleich nach was der andere noch hier. Ja klar, jetzt lass ich bei. Also jetzt ist der Fatsch bei 1.4 und die Version ist 3.0 in der Karte. Für die Information. Die Aufnahme schon läuft. Schaut gut aus. Wende Radios, na gut. Ist halt so, ne? Alles stehen gelassen. Aber das ist tragisch. Spätestens bei der Aussage ist es weg. Und hier ist er auch schon quasi bei. Gras stehen geliehen. Die müssen wir dann recht düngen. Jetzt weiß ich ob ich das so gemacht habe. Weil... Natürlich ist das blöd, weil ich noch stehen lässt. Teilweise. Ja gut. Ist halt auch nicht perfekt. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. So, mähen. 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 Mähen vorbereiten. Es ist dunkel. Schummrig. Schummrig. Also in Patch 1.4 ist sie zum Übergang, Tag, Nacht etwas weicher. Angenehm. Angenehmer als beim Spielen. Aber das ist nicht so extrem. Es ist nicht alt real, ne? Dass es so langsam hell wird oder langsam dunkel. Da geht der Planet auch, ne? Der rote. Naja, Sonne. Dann ist ja kein Planet, ne? Ich ja die Sonne, die auf geht. Diese goldene Scheibe. Oder die runde goldene Scheibe. Die Kugel, die große. So, dann bei der Wiese. Den lassen. Nicht auffahren. Und die kaputt. Haben wir noch Kaffee? Nee, kamen alle. Ah, so. Ah, so. Ah, nicht böses. Können wir gleich leermachen? Oh, das ist warm. Ist das gut? Ehrlich? Acht? Ehrlich? Ah, nicht böse. Ah, sie hat die Müll von der... Oh, ich werde sie nicht entschauen. Oh, wir sind jetzt nicht. Wir werden die Glauben... Die Glauben sind wahrscheinlich so Kanälet nicht auf, Dein weiß nicht... ... nicht mehr, dauer noch ein bisschen... Naja... so sieht er aber nicht mehr oh, da wäre voll auch vom Lager ja, da wäre es hier von 2,5 Befolge Du musst gar nicht Samtpfeffer nehmen, oder? Nein, Freitag! Ich wünsche allen einen schönen Wochenende! Was fängt so Weizen ein? Wischgeteile ist gerade im Darm steigen und da sind wir 5. Weizen ist sogar mehr zur Zeit. Becke 803 und steigt. Wir fahren jetzt zum Feld. Was sehen wir eigentlich auf unserem Feldfrucht so aus? Das können wir am besten nehmen. So, ja. Vorhang und Glück gehabt jetzt. So, ja. Aber jetzt noch einen freien Faktor? Der ist nicht frei, der dauert ein bisschen. Der dauert auch noch ein bisschen. Und der ist damit durch. Dann nehmen wir den dafür. Zum Heu sammeln. Vorne an der Ecke. Vorne eine ganze Runde. Und nach der Folge noch vier Folgen. Schauen wir aktuell Uhrzeit. 3.05 Uhr. Zeit halbwegs einhalte. Die Ecken macht er nicht. Das ist mir ein bisschen blöd. Das ist mir ein bisschen blöd. Ich möchte ihn mal eingreifen. Und das. Und das. Und das. Ein bisschen. In die Spur reinbringen. Wo er eigentlich übersteht. Das geht nicht. Und das. So machen, dass er. Bis nachher mitnimmt. So. Und dann ein bisschen weiter rüberziehen. So. Und dann ein Stückchen weiter rüberziehen. Und dann runter mit dir. So. Das kümeln dann gleich mit. Etwa so fahren wie unser Corplay fahre. Dann kann der entsprechend beim Sammeln noch mitnehmen. Eben. Ist nicht schlecht, ne? Das schenkt nicht so viel. So. Jetzt gehen wir gleich vorne bei. Die Ecke. Das dürfen wir gleich mal auf fünf. Fünf Einstellen. Dann haben wir Probleme. So. Die Ecke ist nicht so viel. Aber. Ja. Ach unser Unkrautfahrer, fertig. Ach unser Unkrautfahrer, fertig. Ich will ja auch nicht die Ecke mithaben. Ich will ja eine Weile Ruhe haben mit euch. So. 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 später beim einsammeln herr mitnehmen von außen die man gleich bei der stoppe voll bei mir geht Oh. Oh, that's it, yeah. Dort kostet eigentlich unser Team in der Fabrik, dort kostet. Das haben wir hier nicht erfahren. Lager, Lager, Lager. 245.000 bis zu wahnsinnig. Am meisten brauchen wir Heu. 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 kurs vielleicht lassen so siehst du das wäre schwer gewesen dann seid mal süß und winke winke und hoffentlich sehen wir uns morgen wieder ich danke nochmal fürs zuschauen und hoffentlich sehen wir uns morgen wieder zur nächsten folge samstag in der winkel bis dann ja das wird nichts